Herzinfarkt erkennen, die 10 Top-Präventionstipps gegen den Herztod. Was ist das häufigste Frühwarnzeichen eines Herzinfarkts? Der Herzinfarkt. Dieser schlaue Merkspruch aus der Kardiologie, der spricht genau das Problem mit dem Herzinfarkt an. Er kündigt sich meist nicht groß an und dann bekommt man ihn einfach und es ist ein Killer. Wir können sagen, dass über ein Drittel aller Todesfälle durch Herz-Kreislauf-Erkrankungen in Deutschland ausgelöst werden und in erster Linie ist es der Herzinfarkt. Und die meisten Menschen denken, naja, ich bin ja durch Hollywood gut ausgebildet und ich erkenne schon die Symptome, wenn es bei meinem Angehörigen oder bei mir so weit ist. Der Griff an die Brust, die Atmung wird flacher, das Gesicht wird grau und dann kommt auch schon der Klassiker. Die Leute fliegen um, werden vielleicht in Hollywood nochmal aufgefangen mit den Händen und dann kommt schon die Mund-zu-Mund-Beatmung und in der nächsten Einstellung fliegen die Türen der Notaufnahme auf und eine Trage wird durchgeschoben. Da drüber der Arzt im Schlafanzug im Blauen, der mit dicken Muskeln den Brustkorb drückt und dann sehen wir schon in der nächsten Einstellung, wie einem der Brustkorb entgegenkommt durch einen Elektroschock und dann das Beep, Beep, Beep des EKGs wieder einsetzt. Alles nochmal gut gegangen. Aber die Realität ist anders, denn selbst erfahrene Notärzte erkennen den Herzinfarkt mal trotz Super-EKG mittlerweile nicht und häufig sind diese Frühwarnzeichen eben nicht da, sie fehlen und wir können nur einen großen Trumpf spielen und das ist die Prävention und die gute Nachricht ist, dass eben Herzgesundheit eines der Kapitel ist, die am besten erforscht überhaupt sind in der Medizin. Und in diesem Video schauen wir mal genau hin, wie wir handeln müssen, wenn wir typische Symptome vom Herzinfarkt feststellen. Wir werden auch sehen, was ist der Unterschied in den Symptomatiken von Männern zu Frauen und dann sprechen wir noch über die 10 besten Präventionstipps aus der Wissenschaft, wie sie ihr Herz garantiert vom Herzinfarkt schützen können. Wie sieht also jemand aus, der einen Herzinfarkt hat? Ganz, ganz klassisch ist es eine Schmerzsymptomatik. Wir nehmen ja beim Herzinfarkt auch Morphin, ein ganz starkes Schmerzmittel, weil er so starke Schmerzen auslöst. Wo sind die Schmerzen? Hinter dem Brustbein, auf der Brust, wie ein schwerer Druck, wie wenn man jemand mit seinen Füßen draufsteigen würde oder wie eine Betonplatte, die da liegen wird. Wir haben dann auch eine Ausstrahlung dieser Schmerzen, typischerweise natürlich klassisch in den linken Arm, oftmals aber auch in die Schulter, oftmals aber auch in den Unterkiefer oder in den Oberbauch. Also es muss nicht klassischerweise der linke Arm sein. Und gerade bei Frauen ist das ganz anders. Sie haben häufig Rückenschmerzen, sie klagen auch über Oberbauchschmerzen und häufig ist das Ganze auch mit Übelkeit und Erbrechen geprägt. Also ein Herzinfarkt zeigt sich sehr, sehr, sehr verschieden. Eins ist häufig oder bei fast allen Patienten, das Gesicht ist blass, das Gesicht ist grau, die betroffene Person wirkt stark geschwächt und das Ganze tritt dann relativ schnell oder plötzlich auf. Das heißt, die betroffene Person, die wird schnell krank. Oftmals kündigt sich das auch über zwei, drei Stunden an und dann wird es schlechter. Aber es ist etwas, was relativ zügig eintritt. Und natürlich kann auch die Person sehr unruhig sein. Sie kann Todesangst haben. Und es gibt verschiedene Ausprägungen von dem Herzinfarkt. Je nachdem, wo die Störung ist. Was heißt Herzinfarkt? Um das Herz herum haben wir Adern oder Arterien. Und diese Arterien versorgen das Herzgewebe, dass das Herz immer schön zuckt, immer schön schlägt. Und wenn da ein Teil dieser Adern verstopft ist, dann kommt es zum Herzinfarkt. Und ein Teil des Herzmuskels bleibt einfach starr. Und je nachdem, wie groß diese Stelle ist, kann es halt unterschiedliche Auswirkungen haben. Ein Teil des Blutes wird dann nicht mehr weitergegeben in den Kreislauf. Und deswegen kann eben hier ein Herz-Kreislauf-Stillstand auch eintreten. Und mein Tipp, hören Sie auf Ihr Bauchgefühl. Wenn Sie das Gefühl haben, meinem Angehörigen geht es nicht gut oder wenn es Ihnen selbst nicht gut geht und Sie merken, ah, das ist anders. Wenn es plötzlich eintritt, rufen Sie einmal mehr den Rettungsdienst. Und wenn es dann schlimmer wird, wenn ein Herz-Kreislauf-Stillstand einsetzt und so weiter, dann ist es gut, dass die Kavallerie schon mal rollt, dass das Ganze in Gang gesetzt wurde. Ja, und ich kann Ihnen eins garantieren, ich bin meine erste Schicht im Rettungsdienst in den USA mit 16 gefahren. Ich bin meine erste Schicht im Rettungsdienst in Deutschland mit 17 gefahren. Es wird Ihnen niemand, aber auch gar niemand aus dem Rettungsdienst einen Vorwurf machen, wenn Sie einmal umsonst mit Blaulicht angefahren kommen und Sie haben Leben lang in die Kasse eingezahlt, holen Sie sich auch mal Hilfe auf Kassenkosten. Wenn Sie merken, nee, so habe ich meinen Mann, meine Frau noch nie erlebt. Und selbst wenn der Rettungsdienst da nur mit Blaulicht kommt und in Blutdruck mischt, dann sind Sie auf der sicheren Seite. Ich möchte nicht sagen, dass Sie bei jedem kleinen Wehwehchen in den Rettungsdienst rufen sollen, die haben genug zu tun. Aber wenn Sie merken, das passt jetzt nicht mehr, sofort anrufen. Was können Sie also in der Prävention machen, dass Sie nie einen Herzinfarkt bekommen bzw. das Risiko maximal minimieren? Und hier gibt es einen schlauen Spruch. Wir starten mit der Ernährung. Die beste Ernährung oder beste Diät ist die Diät, die Sie auch einhalten können. Und es gibt im Prinzip keine perfekte Ernährung für keinen Menschen, weil es dann doch sehr, sehr individuell verschieden ist. Aber es gibt eine Ernährungsform, und Sie kennen sie bestimmt schon, wenn Sie meine Videos verfolgen, die mediterrane Ernährung. Denn sie besticht seit Jahrzehnten in der Wissenschaft immer und immer wieder. Und es gibt in der Literatur keine andere Ernährungsform, die besser bewiesenermaßen Sie vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen schützen kann. Was ist die mediterrane Ernährung? Hier wird halt in erster Linie Vollkorn gegeben, Bohnen, Nüsse, Linsen, Samen und so weiter, gesunde Fette, ungesättigte Fettsäuren. Und das Ganze wurde hier mal auch untersucht in einer großen, großen Studie. Und dort hat man gesehen, wie ist es denn eigentlich, wenn jemand schon sich schlecht ernährt hat und einen Herzinfarkt oder ähnliche Erkrankungen bekommen hat, nützt dem die mediterrane Diät auch noch? Und die Antwort war ja. Man hat die mediterrane Ernährung gegen eine fettarme Ernährung verglichen. Und dort war auch die mediterrane Ernährung die Ernährung, die dort selbst bei den Betroffenen schon den Rückgang von Herz-Kreislauf-Erkrankungen gemacht hat. Was sind hier die wesentlichen Merkmale? Sie brauchen es sich übrigens nicht merken. Ich habe unter dem Video für Sie einen Download bereitgestellt. Können Sie kostenlos runterladen, einen Wochenplan mit Rezepten und so weiter. Laden Sie es einfach runter, schauen Sie sich diese Ernährungsform mal an. Es gibt viele ungesättigte Fettsäuren, das heißt Avocado, Samen, Lachs und so weiter. Und tierische Fette werden eher vermieden, also die gesättigten Fettsäuren. Dort gibt es auch einen schönen Cochrane Review dafür, also eine riesengroße Studie. Die hat gezeigt, wenn Sie die gesättigten Fettsäuren reduzieren, dann haben Sie eine Verringerung des Herzinfarktrisikos um 17%. Wichtig ist, wenn Ihre Ernährung Fleisch enthält und Sie machen gerade diese Carnivore-Ernährung, die so bekannt ist oder gerade halt so trendy ist, dann schauen Sie, dass Sie wirklich mageres Fleisch zu sich nehmen. 2020 hat man dann im British Medical Journal nochmal eine sehr interessante Studie gemacht und dort hat man die Nahrungsaufnahme an Gesamteiweißen angeschaut. Und dort ist eindeutig rausgekommen, dass je mehr pflanzliche Proteine Sie zu sich nehmen oder je mehr Eiweiß wir zu uns nehmen, desto geringer ist sozusagen die Krebssterblichkeit und auch die kardiovaskuläre Sterblichkeit. Also höhere Proteinzufuhr ist immer gut für uns. Allerdings, wie gesagt, Freunde der Weißwurst, es sind Proteine auf pflanzlicher Basis in erster Linie. Und wir sprechen hier nicht über das Fleisch. Dann sollten Sie natürlich die Kohlenhydrate wechseln, also weg von den Weißmehlprodukten und so weiter. Keine Obstsorten, sehr süße Obstsorten nehmen, sondern Obstsorten wie Beeren beispielsweise, die niedrigen glykämischen Index haben, viel Gemüse essen und so weiter, die zuckerhaltigen Lebensmittel meiden. Und dann gibt es noch eine Sache, die Salzaufnahme müssen Sie auf jeden Fall im Blick haben. Die Fertigprodukte, die haben sehr, sehr viel Salz in sich. Und in dem Moment, wo Sie einfach die Fertigprodukte rausschmeißen aus Ihrer Nahrung, kommen Sie automatisch mit dem Salz in den Bereich, wo es dann wieder in Ordnung ist, wenn Sie nicht noch übermäßig salzen. Warum ist das so wichtig? Hoher Salzkonsum steigert den Blutdruck und Blutdruck ist einer der Hauptkiller eben beim Herzinfarkt. Und im Prinzip sollten Sie alles vermeiden, was in Tüteln und Schachteln kommt und einfach austauschen gegen Gemüse oder gegen Blattgemüse, denn das ist reich an Kalium. Das hilft dann im Blutdruck auch zu senken und gesund zu bleiben. Und dann brauchen Sie auch den bitteren Sellerissaft nicht zu trinken, den ein anderer sogenannter Influencer oder sogenannter Experte seit Jahren propagiert. Das geht dann auch viel, viel schmackhafter. Bewegung ist natürlich super wichtig und viele Menschen neigen dazu, sich einfach zu viele Gedanken zu machen mit der Bewegung und die machen alles zu kompliziert. Was sollten wir tun? Wir sollten ein Cardiotraining machen, so ein Basistraining. Gehen, Radfahren, Rudern. Rudern ist natürlich gut, weil Sie dann noch ein Widerstandstraining haben. Und wir sollten uns einfach hüten vor diesem Hochintervalltraining im Sportstudio und wie verrückt trainieren. Das erhöht im Prinzip das Verletzungsrisiko. Und viel, viel wichtiger wäre es, wenn Sie regelmäßig trainieren, wenn Sie täglich trainieren. Wie mache ich das beispielsweise? Ich trainiere täglich in der Arbeit am Schreibtisch. Ich habe mir ein G-Band gekauft, das ich Ihnen auch gerne nochmal verlinke. Das ist mein Basistraining. Da sehe ich zu, dass ich jeden Tag bei meinen Telefonterminen einfach zügig gehe mit vier bis fünf Stundenkilometer. So stimmt die Basis schon mal. Heute aktuell kam eine Studie raus. Je mehr wir sitzen, desto schlechter geht es uns hinsichtlich Herz-Kreislauf-Risiko. Ich habe da natürlich auch noch einen Stehschreibtisch. Versuche so oft wie möglich aufzustehen. Und dann dazu kommt dann noch einmal ein Krafttraining. Sie können natürlich auch leichtes Krafttraining zwei, dreimal pro Woche machen. Dann noch ein bisschen joggen, wenn es immer geht, irgendwie mit dem Rad zur Arbeit fahren. Und ja, das war es im Prinzip schon fertig. Mehr mache ich auch nicht. Zu mehr habe ich auch gar nicht die Zeit. Aber dieses Basistraining, diese regelmäßige Bewegung, ich denke, das ist der Schlüssel. Und da verkopfen sich sehr, sehr viele Menschen. Die machen dann tagelang nichts. Und dann gehen sie wieder mal extrem für eine oder eineinhalb Stunden ins Fitnessstudio. Auch der gesunde Schlaf ist extrem wichtig für unser Herz-Kreislauf-Risiko. Warum? Der Schlaf wirkt sich auf Ihre Herzgesundheit aus. Und hier gibt es auch Studien dazu. Und es gibt so zwei, drei Risikofaktoren, die dann entstehen, wenn Sie schlecht schlafen. Erstens ist der hohe Blutdruck. Das heißt, der normale Schlaf senkt den Blutdruck. Wenn die Zeit zu kurz ist, dann kann sich über längere Zeit der Blutdruck erhöhen. Das nächste ist das Diabetesrisiko. Mit ausreichend Schlaf verbessern Sie unsere Blutzuckerkontrolle bei den Menschen. Also das ist ein wirklich maßgeblicher Faktor. Und dann drittens, das Gehirn wird entgiftet. Sie haben ein lymphatisches System im Kopf. Es nennt sich glymphatisches System mit G. Und dieses System, das entgiftet regelrecht Ihre Arterien, Ihre Blutgefäße im Gehirn von Schlackenstoffen, von abgelagerten Eiweißen. Alles hochwissenschaftlich untersucht. Es sind genau die Eiweiße, die dann zu Parkinson führen. Also auch deswegen ist der Schlaf, abgesehen von der herzschützenden Fähigkeit, sehr, sehr wichtig. Einige Tipps für einen optimalen Schlaf. Nehmen Sie Ihr Abendessen früh ein. Sie sollten nicht zu spät essen. Die Chinesen sagen uns das seit 2000 Jahren. Einfach frühes Abendessen, das passt. Nicht zu spät essen. Schlafen Sie regelmäßig auch an den Wochenenden. Also versuchen Sie nicht irgendwie Ihren Schlafrhythmus zu ändern, nur weil Wochenende ist. Sondern gehen Sie jeden Abend zur gleichen Zeit ins Bett. Stehen Sie auch immer zur gleichen Zeit auf. Und Sonnenlicht oder dieses Tageslicht ist natürlich ein starkes Signal. Auch das blaue Licht von den Fernsehern und so weiter. Schauen Sie, dass Sie das absenken. Es gibt mittlerweile Filter oder auch Filterbrillen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und achten Sie auf Ihren Melatonin-Spiegel. Ich bin ein sehr, sehr großer Freund. Ich habe Melatonin schon seit Jahren in meiner Praxis implementiert. Nehme auch selbst Melatonin ein. Denn es verbessert einfach meinen Schlaf ungemein. Das Gewichtsmanagement ist ganz, ganz wichtig bei der Prävention von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und wenn Sie die Reihe von Empfehlungen, wenn Sie die mediterrane Ernährung umsetzen, wenn Sie das berücksichtigen, dann sollte Ihr Gewicht eigentlich kein Problem sein. Jetzt gibt es natürlich Menschen, die durch viele, viele Diätmaßnahmen nicht abnehmen. Und auch hier gibt es mittlerweile moderne Strategien. Sie haben es vielleicht schon in der Presse mitbekommen. GLP1, die modernen Abnehmenspritzen, Vegowai und Ozempic. Und das sind Medikamente, die ganz gut funktionieren. Sie sind noch nicht überall erhältlich. Sie sind sehr, sehr teuer. Und es gibt einen großen, großen Kontra. Es gibt den Jojo-Effekt. Das heißt, wenn die Patienten nach zwölf Monaten das absetzen, kehren auch diese Hungerhormone wieder zurück. Und viele Menschen nehmen dann wieder zu. Und es ist auch das Gleiche wie bei anderen Diätprogrammen mit dem Muskelabbau. Da muss man einfach dagegen arbeiten. Und natürlich sind die Medikamente kein Ersatz für einen guten Lebensstil, kein Ersatz für eine gute, gesunde Ernährung, für Bewegung, für gesunden Schlaf und so weiter. Und wie gesagt, es gibt einige Probleme mit diesen Medikamenten. Aber manchmal muss man es einsetzen, eben bei Menschen, die Vorerkrankungen haben, die nicht abnehmen können und so weiter, wenn es Stoffwechselstörungen gibt. Ganz, ganz neu, ganz vielversprechend eine neue Pille mit Brokkoli-Extrakt und Sulfarofanen. Sie heißt Amigretin. Amigretin kommt von der gleichen Firma, die eine dieser Abnehm-Spritzen baut, Novo Nordisk. Und hier gibt es sehr, sehr interessante Erfolge mit dieser Pille, die im Wesentlichen nur natürliche Wirkstoffe enthält. Patienten, die diese Pille einnahmen, die haben 13,1 Prozent ihres Gewichts verloren nach zwölf Wochen. Und das übertrifft den sechsprozentigen Erfolg oder Gewichtsverlust bei Patienten, die diese Abnehm-Spritzen einnahmen. Also hier wird weiter geforscht. Es gibt leider einen Wermutstropfen. Diese Pille soll erst frühestens 2026 kommen. Und es wirkt auch appetitzügelnd über dieses Darmhormon GLP1. Und ja, schauen wir mal, was da die Forschung bringt. Vielleicht für einige Menschen hier wirklich auch die Lösung von ihrem extremen Übergewicht loszukommen. Und dann gehen wir noch ein bisschen auf die Stressbewältigung ein. Natürlich, Cortisol ist das Stresshormon schlechthin, das ihnen den hohen Cholesterinspiegel macht, den hohen Blutzucker macht, den hohen Blutdruck macht und so weiter. Und Stress bedeutet immer für ihr Gefäßsystem Stress. Und viele Menschen missverstehen den Stress. Sie denken, Stress ist irgendwie, wenn sie einen Zeitdruck haben. Aber Stress ist im Prinzip das Maß der Anpassung, das an eine Situation nötig ist. Und ich möchte es Ihnen mit einem ganz, ganz einfachen Beispiel mal verdeutlichen. Angenommen, Sie haben einen Termin beim Anwalt oder gehen wir einfach vom Arzttermin aus. Sie nehmen Ihren Arzttermin, wie immer war. Sie steigen aus dem Auto aus. Sie sind schon drei Minuten zu spät und treten in ein Hundehäufchen. Okay, zum Glück hat es geregnet. Sie finden eine Wasserpfütze. Sie versuchen irgendwie, Ihren Schuh zu reinigen. Und kommen dann fünf Minuten später abgehetzt in diese Praxis an. Jetzt mussten Sie sich an diese Situation anpassen. Aber der große Stress, der beginnt erst jetzt, wenn Sie dann im Arztzimmer sitzen und Ihre Gedanken drehen sich nur noch darum, oh Gott, oh Gott, hoffentlich riecht er das nicht. Hoffentlich hat er keinen schlechten Eindruck von mir. Hoffentlich habe ich alles richtig gemacht. Hoffentlich habe ich auch den letzten Rest entfernt. Das heißt, Ihr Maß an Anpassung, so wie Sie sich an diese Situation anpassen müssen, Ihre Gedanken, Ihr Körper, die Reaktionen und so weiter, ist extrem viel höher, wie wenn Sie einfach nur entspannt da sitzen und nicht ins Hundehäufchen getreten haben. Und das ist im Prinzip Stress. Stress bedeutet immer, wie viel Anstrengung muss Ihr Körper aufwenden, sich an eine bestimmte Situation anzupassen. Und da gibt es einen einfachen, einfachen, super einfachen Trick. Sie müssen nicht raus in den Wald und Bäume umarmen und meditieren oder sonst was tun. Sie müssen es nur mitkriegen, dass Sie sich gerade in so einem Zustand befinden. Und dann sinkt Ihr Stress ganz automatisch. Wenn Sie sich gestresst fühlen, dann kann es natürlich auch mal ein Problem der Stresshormonachse sein. Und hier würde ich Sie bitten, nehmen Sie einfach Profihilfe in Anspruch. Es gibt genügend Coaches, wo Sie einen sehr schnellen Termin kriegen, die Ihnen gewisse Techniken zeigen können. Also wenn Sie sich gestresst fühlen, bringen Sie das in Ordnung und lassen Sie sich helfen mit ein paar Strategien. Und die einfachste Strategie ist eben zu schauen, hey, momentan mitzukriegen, ich habe wieder Stress. Kommen wir zum Blutzuckermanagement. Und das Blutzuckerthema sollte eigentlich kein Problem sein, wenn Sie Ihren Lebensstil ändern und auch bei Bedarf Medikamente einnehmen. Natürlich Ausnahme, wenn Sie unter Diabetes Mellitus Typ 1 leiden, dann geht es natürlich nicht. Aber sprechen wir mal wieder so über den Durchschnittsfall, sage ich mal. Man lebt ein gutes Leben, man baut ein bisschen Übergewicht auf, man bekommt Bluthochdruck und irgendwann sagt der Doktor, Mensch, jetzt sind die Blutdruckwerte und die Blutzuckerwerte erhöht. Jetzt müssen wir aber schauen, dass wir was machen. Und wie gesagt, auch hier helfen lebensverändernde Maßnahmen. In den allermeisten Fällen ist es möglich und noch nicht zu spät, dass man erst gar keine Medikamente braucht oder vielleicht von den Medikamenten wieder wegkommt. Und für härtere Fälle gibt es die zugelassenen GLP-1-Antagonisten, also Sema-Glutid, das ist eben ein blutzuckerstabilisierendes Medikament. VEGO-Wei, die Sie abnehmen oder die Spritze, die auch als Abnehmenspritze fungiert. Und da gibt es hier auch gute Nachrichten für Menschen, die ihren Blutzuckerspiegel gar nicht in den Griff bekommen können. Mittlerweile gibt es das auch als orale Kapseln. Und man könnte dann einfach so in die Richtung mal denken, dass man versucht, Menschen auch vom Insulin wieder wegzubekommen. Ja, Diabetes, Mellitus, Typ 2-Patienten, dass man einfach sagt, okay, Lebensstilfaktoren plus eben keine Spritze, sondern GLP-1-Tabletten. Und dann kann man vielleicht das Insulin nach ein paar Monaten absetzen. Also wie gesagt, die schweren Fälle, auch hier gibt es Hoffnung. Und ich bin schon mal gespannt, wohin die Reise hier weitergeht. Ganz, ganz wichtig ist das Blutdruckmanagement. Sie müssen einfach regelmäßig ihren Blutdruck messen. Denn hoher Blutdruck ist ein Silent Killer. Das heißt, der macht erstmal keine Symptome. Ganz im Gegenteil. Die Menschen, die so mit 40, 50 einen hohen Blutdruck kriegen, die sind sogar recht leistungsfähig und stehen unter Strom und erreichen viel und so weiter. Das Problem ist aber, dass die Blutgefäße belastet werden und dass dann das Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall erheblich steigt, wenn sie ihren Blutdruck nicht unter Kontrolle haben. Ziel ist 120 zu 80. Und man sagt, bei älteren Personen darf er leicht höher sein. Er soll aber 140 systolisch, der erste Wert, nicht überschreiten. Und das ist so die neue magische Grenze. Früher hat man gesagt, Alter, Lebensalter plus 100. Das können Sie wirklich vergessen. Da gibt es einen Haufen Studien, die dagegen sprechen. Und es ist auch nicht die Pharmaindustrie, die sie kontrollieren will. Wir wollen einfach, dass sie gesund bleiben. Und die erste Maßnahme, und das können Sie auch wirklich in jedem Käseblatt in der Medizin auf gut Deutsch lesen, ist die Gewichtskontrolle, sind die Lebensstilmaßnahmen und ist nicht die Blutdrucktablette. So, hier gab es eine schöne Studie 2015. Dort hat man gesagt, wenn man den Blutdruck streng reguliert und aggressive Blutdruckkontrolle macht, dann reduziert man signifikant die Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die Komplikationen. Und für manche Menschen ist der Zug dann einfach abgefahren. Sie haben einfach lange Zeit, zu lange, zu gut gelebt. Da muss man halt einfach eine Blutdrucktablette einnehmen. Erstmal, um sie aus der Gefahrenzone zu bringen. Und dann kann man im Hintergrund mit Sport und so weiter, mit Ernährung immer noch viel machen. Ich habe neulich schon mal ein Blutdruckvideo veröffentlicht. Und da bin ich sehr, sehr stark kritisiert worden, weil ich gesagt habe, Fasten senkt sofort den Blutdruck. Ich war vier Jahre stationärer Fastenarzt. Und im Prinzip ist es ein Kunstfehler, wenn Sie nicht schon am ersten Fastentag einem Menschen, der zwei, drei Blutdrucktabletten nimmt, die Blutdrucktabletten zur Hälfte reduzieren. Warum? Sie werden Ihren Menschen dann in Ihrem Arzt, in Ihrem Notdienst wiedersehen, wenn er dann kollabiert ist in seinem Bad. Warum? Weil ein, zwei Tage nach Fastenbeginn der Blutdruck schon so stark reduziert und gesenkt wird. Da liegt Ihnen der Patient dann irgendwo auf dem Boden. Also bitte unterschätzen Sie dieses Instrument des Fastens zur Blutdrucksenkung nicht. Und viele Menschen gehen dann in den gesunden Lebensstil über nach dem Fasten. Buchinger Heilfasten empfehle ich hier oder Basenfasten, Suppenfasten. Die gehen dann in den gesunden Lebensstil über, haben ihren Startschuss sozusagen mit dem Fasten und können dann die Blutdruckmedikamente wegschmeißen. Und sprechen wir etwas über die Cholesterinwerte. Es gibt einfach erdrückende Beweise. LDL-Cholesterin verursacht Herzkrankheiten. Das bedeutet ja noch nicht, dass Sie sofort mit Chemie ran müssen. Das heißt, wenn Ihre anderen Risikofaktoren so weit unter Kontrolle sind, Blutzucker ist gut, Blutdruck ist gut, gesundes Gewicht, gesunde Ernährung, gibt es trotzdem immer noch Menschen mit zu hohen Werten. Und das Ganze hat man dann untersucht, dass Low-Density-Lipoproteine einfach Herz-Kreislauf-Erkrankungen verursachen. Und es gibt wirklich konsistente Beweise aus zahlreichen unterschiedlichen Forschungsstudien, dass eben diese LDL-Partikel Herz-Kreislauf-Erkrankungen verursachen. Und mittlerweile haben wir ja sehr, sehr aggressive Ziele bei der Cholesterinsenkung. Teilweise wollen die Kardiologen das LDL-Cholesterin unter 60 Milligramm pro Deziliter sehen. Das, ja, in diese Richtung scheint es zu gehen in der Wissenschaft. Und deswegen müssen manche Menschen einfach Medikamente einnehmen, wenn sie diese Werte nicht erreichen können. Wenn sie auch vielleicht einen 80er-Wert nicht erreichen können oder einen 100, 120er. Also Cholesterinsenkung ist für viele Menschen eine große Herausforderung. Ich persönlich in meiner Praxis, ich versuche es immer erst mit Beta-Glucanen. Ich versuche es erstmal auch wieder mit Monacholin. Das ist ein Stoff aus dem roten Reis, der letztlich auch in einen ähnlichen Stoffwechselweg eingreift, wie die sogenannten Statine. Mittlerweile sind die Statine auch besser geworden. Niedrig dosierte Statine können hier einfach auch zu einer guten Cholesterinsenkung beitragen, wenn man einfach die anderen Lifestyle-Faktoren beachtet. Das heißt, es muss nicht immer die große Dosis sein. Und die Nebenwirkungen, die werden auch besser mit den Muskelerkrankungen oder mit den Muskelzuckungen beziehungsweise mit den Muskelschmerzen. Hier natürlich ganz wichtig, Coenzym Q10 mit einzunehmen. Und was auch noch relativ neu auf dem Markt ist, ist die Bempiduinsäure. Das ist also ein Cholesterinsenker, der gar nicht eingreift in diese Nebenwirkungen mit den Muskeln. Also wie gesagt, Cholesterinsenkenswert und im Prinzip erdrückende Beweise. Es gibt dann aber auch noch andere kleine Moleküle, andere Partikel, wie beispielsweise das Apolipoprotein B. Das ist ein Molekül, das im VLDL und in LDL-Partikeln enthalten ist. Und das kann eben helfen, ihr Risiko an Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu erkennen. Und dann gibt es noch das Lipoprotein A, das in seiner Struktur dem LDL sehr, sehr ähnelt. Also auch wieder ein Lipoprotein. Und zusätzlich im Prinzip Probleme macht, wenn es an dieses andere gerade erwähnte Apolipoprotein 100 gebunden ist. Also hier ist auch ein Risikofaktor vorhanden für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Der ist genetisch festgelegt. Den sollten Sie kennen. Sie sollten bestimmte Dinge dann tun, wenn dieser Wert erhöht ist. Und letzten Endes haben Sie da auch einen tiefen, tiefen Einblick in den Cholesterinstoffwechsel. Und es gibt also mittlerweile ganz tolle Blutuntersuchungen. Ich möchte jetzt nicht im Detail darauf eingehen, wie Sie einfach dann Ihr Risiko genau abschätzen können, wo diese ganzen kleinen Partikelchen aufgelistet sind. Haben Sie die guten, haben Sie die schlechten? Denn dieser einfache Spruch, HDL habt dich lieb, Cholesterin und LDL ist immer das Schlimme. Das stimmt mittlerweile auch nicht mehr. Denn in dieser LDL-Fraktion unter dem schlechten Cholesterin gibt es auch wieder gute Cholesterinsorten. Lassen wir es einfach mal ganz einfach und plakativ gesprochen so. Und was gab es in den letzten Monaten Diskussionen um den rote Handbrief mit den Omega-3-Kapseln? Da wurde gesagt, je mehr Omega-3-Kapseln wir zu uns nehmen, umso größer wird das Vorhofflimmern. Aber eine Studie 2020 hat gezeigt, die wichtige Omega-3-Versorgung senkt das Herzinfarktrisiko um 28 Prozent. Und bei diesem rote Handbrief, da ging es eigentlich nur darum, dass es Menschen gibt, die sogenannte veresterte Omega-3-Fettsäuren zu sich nehmen. Das sind also Medikamente, die aus Omega-3-Fettsäuren gemacht sind. Die sind verschreibungspflichtig. Und um diese Medikamente ging es. Dort hat man dann gesehen, wenn man zu viel von diesen Medikamenten nimmt, dann steigt die Gefahr für das Vorhofflimmern. Ich selber empfehle nach wie vor meinen Patienten Omega-3-Fettsäuren einzunehmen. Mit zwei Gramm pro Tag sind sie ganz gut dabei. DHA, EPA. Und so wollen wir es einfach auch belassen. Denn, wie gesagt, dieser rote Handbrief, der betraf nicht die Nahrungsergänzungsmittel, sondern eben die speziellen Medikamente, wo die Omega-3-Fettsäuren dann nochmal synthetisch verändert sind. Und die beiden letzten Punkte können wir zusammenfassen. Einmal geht es um den Alkohol. Und auch hier gibt es wieder Daten, die wirklich alarmierend sind. Denn früher hat man ja gesagt, ein Glas Rotwein pro Tag und so weiter sei okay. Mittlerweile gibt es die Tendenz zu sagen, gar kein Alkohol ist okay. Und das ist das Gesündeste. Warum? Alkohol kann den Blutdruck erhöhen. Und Blutdruck ist so einer der Hauptfaktoren, wenn er zu hoch ist, wenn es um Herz-Kreislauf-Erkrankungen geht. Und beim Nikotin weiß es eigentlich jeder. Aber hier auch nochmal die Zahl. Raucher haben ein 65 Prozent höheres Risiko, an Herzinfarkten zu erkranken. Und ich kann auch nur vor diesen modernen E-Zigaretten warnen, das Vapen. Das ist überhaupt gar nicht gesund. Und überprüfen Sie wirklich, müssen Sie denn wirklich so ein synthetisches Dampfzeug in Ihre Lunge reinziehen. Also auch hier einfach ein bisschen mit Verstand. Ich hoffe, Ihnen konnte das Video helfen. Wir sind mal drüber gegangen über die zehn wichtigsten Präventionstipps. Wie gesagt, der Download hier unten ist völlig kostenlos. Schauen Sie sich so eine gesunde Ernährung mal einfach an. Teilen Sie dieses Video mit Ihren Freunden und Verwandten. Ich freue mich, wenn Sie den Kanal abonnieren. Und danke meinen Kanal Mitgliedern. Wir sehen uns bald wieder beim nächsten Live, wo ich mich schon auf Ihre Fragen freue. Und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Video. Danke fürs Zuhören und bis bald.